Manchmal gehen wir mit der Hoffnung schlafen, dass beim Erwachen alles anders ist. Haben Sie das nicht auch schon erlebt? Und seltsamerweise sieht am nächsten Morgen manchmal tatsächlich alles anders aus. Oder wir haben uns verändert und sehen die Dinge mit anderen Augen, weil letztlich alles davon abhängt, wie wir es betrachten.